Ich bin gleich wieder da. Wir machen nochmal die Haupttür auf. Denn ich halte es nicht aus. Ich bin draußen, ich bin draußen. Naja, beim Duschen grad zu hoch, lol, ja. Ich hab eh runtergedrückt mit beiden. Mein L3 und mein R3 wollte ich runter, aber es geht nicht. Das hat nicht funktioniert. Schau, ich bin draußen. Ich bin draußen, ich bin draußen. Zitzen lassen mich? Nein, ich bin draußen, ich rasant mich. Ich bin draußen. Was ist das? Ja, bestimmt ist das auch nicht. Man sieht alles, aber man sieht nichts. Das wird ein großer Geist sein. Das kommt ein großer Geist. Ja, das ist ein großer Rämon. Das ist ein großer Geist. Das ist ein großer Geist. Geht weg. Nein, verdammt. Geht weg. Geht weg. Ja, bitte. Hä? Ah, die schützen sie. Ja. Die Indianer gewesen. Indianer Geister. Und der Sand-Dings war sicher Dämon und die anderen waren vorfahren. Die Schwarze. Bleib im Zimmer. Du könntest tot sein. Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du könntest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Yei zu. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Ich nicht. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Fertiii. Hallo. Kennst du mich noch, Aschki? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch. Einfach drücken, was da steht. Schau. Wenn er punkt ist, einfach rechtens dick raufdrücken. Denn ich muss wieder unprofessionell, ich bin aufs Klo. Schau, wir drücken nochmal. Rauf. Warte. L1 halten. Halten. Habe ich gemacht? Nein, los. Na, vorher habe ich es gemacht. Ja? Ja? L1. Ah. Hoppala. Falsches hat. Wie genau geht es jetzt hier vorwärts? Wow. Hey, was denkst du, Aschki? Wir sind ziemlich gut. Hm. Der Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal. Ich reite raus und sehe ihn nach den Juros. Willst du mitkommen? Sicher. Na dann los. Ja. Ich bin nicht dabei. Nein. Du drückst die falsche Taste. Gib mir das bitte. Gib mir das bitte. Galopp. 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 Ja. Links. Du bist links. Da muss ich her schauen. Genau. Ja. Ja. Jetzt darfst du da. Ich wollt retten. Hihi. Zack. Das Pferd. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Dein Vater kennt diesen Spuck. Der Geist kam nicht zum ersten Mal richtig. Jehizu war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Aha. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass fünf Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Jehizu nicht tötet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber Jehizu war bis heute noch nie in unserem Haus. Aha. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Bitte mach, mach das. Was willst du wirklich hier draußen, mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. War halt. Ich schätze, ich versuch zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht von mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jodie? Wahr halt. Wahr halt. Genau. Ich... Ich muss dir was beichten. Oh oh. Ich... Ich... G! G! Wie geht die Klisch? Oh, Jodie? Wer war schon gut aus? Ganz ruhig ver detector! Können wir drogen? Ich habe dein Buch geklоду. Oh, sie ist entật, Babyschen. Da drüben. Da ist ne Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich seh dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Da ist sicher was drin. Brunnen, Brunnen, Ranch. Wo ist's? Fertig. Ich will hin und leiten. Kannst du sehen? R1. Ich glaube schnell. Mal 2. Gar nichts. Oh ja. Nein, R2 war's. R2 war's, okay. Wie kommen wir vom Pferd runter? Ähm, R1 oder so? Schau. Wie? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ach so. Ein ganz was Leichtes für einen Aiden. Strauch entfernen. Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Passt. Ferti und zurück Weg Ferti und zurück Ferti und zurück Was ist da? Ich möchte da durch, bitte 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 Ich möchte da durch